Juhu Leute was geht mein erster Live auf YouTube und wir laufen grad draußen rum Ich hab vorhin schon das Erklärvideo gemacht vielleicht was wir dann zusammen machen vielleicht mit den Spielen den zwei die ich dir erklärt hatte Ach schön hier Ich hab schon ein Video gekriegt Oh Gott pass auf Na komm doch noch Die kommen da grad auf Scheiß Bin ich da Ich hab nur den Postkarten an Ich hab nur den Postkarten an Ich hab nur den Postkarten an Achso Abo Ach ja ich hab immer abonniert Nö 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 Ich hab keine Ahnung wer es abonniert hat Ich muss immer den Kanal auskaufen Juhu 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 Irgendwer schaut mich grad zu ich weiß das Schaust du mich grad zu? Nö 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 Ich bin es nicht Ach schön bitte Ich nehm mal auf hier Ich muss nicht Warte mal aufnehmen So Irgendwer schauen wir zu Ja Irgendwer ich bin an mir Ich bin schnell Ich bin schnell Ich lass den raus Sag mal hei Ich lass den raus Sag mal hei Ah ich mach einen Lifeline Ja ich auch Lass mich Ja keinen Lifeline Nein aber ich mach schon leicht Habt ihr euch entschieden was ihr beiden was haben wollt Wenn ihr wollt kommt ihr uns auch in die Kamera anschauen wir wollt beide von und lenken uns jeden Tag an Das ist unser Hast du denn grad gemacht? Ne das ist doch ganz oberer unser Ja 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 Könnte ich Was denn Ich kann doch heute noch mal einen Kanal ein neues Live-Zoo machen hier Ach da guckt ihr wirklich einer zu? Ne ich hab keine Ahnung wer Hallo Ich bin gerade Du kannst du Du kannst nachgucken wer ist das Ja 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 warte du musstest Ja Dann musst du auf mein Auf mein Kleine gehen und dann Auf den Löschchen drinnen Auf den Sexern Ja warte Finjohansen Ja warte Ja warte Finjohansen Ja warte Ja warte Ja warte Finjohansen Warte 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 Ich bin ja richtig dumm Ich bin ja richtig dumm Hier auf den Kanal Ich kann dir gucken wer es ist. Einer. Ich kann dir gucken wer es ist. F. So. Seh mich nicht. Ich geh grad zu guck. Hi. Irgendwann kommt später an. Okay. Was? Wir hatten heute ein Abo. Ich will ein Abo kriegen für meinen Kanal. Ey, live! Du hast es live gestellt, das Video. Darum gucken wir welche Leute zu. Zwei sogar schon. Hättet ihr diesen... Heißt du ihn starten? Du kannst du nicht starten. Welche Nummer hast du da eingegeben? Telefonnummer musst du eingeben. Von wem? Deine. Ja, hab ich letztes Mal... Drei, schau mir zu. Boah, hä? Welche Telefonnummer meinst du jetzt? Deine. Ja, hab ich eingegeben letztes Mal. Oh, ist hier nichts. Scheiße, ist hier nichts. Ich will mich nicht schütteln. Einer, wie geil. Aber ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Das geilste ist, ich bin auch von dir wie jetzt einfach klein. Das geilste ist, ich bin auch von dir wie jetzt einfach klein. Das Video, was ich hatte, ist hier hochgeladen auf meinem Kanal. Ich hab's gedreht. Licht. 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 Jetzt haben wir. Guck mal. Was ist das? Das kann man nicht hochladen. Du musst deine eigenen Videos machen. Ich kann auch meine Videos, die ich hier drauf hab, kann ich auch hochladen. Mach was du willst. Ich hab schon sechs Videos, das ist das geilste. Ey, wie heißt sie mit Nachnamen oder welches Blogwerke oder was? Das Video ausschalten. Ey, guck mal, sie wird zu Ende. Aber es ist nicht Pigotte, ne? Das ist Mautzy. Ich glaube, es fühlt sich lustig. Am besten wäre da eine... Ich geh noch mal das Video mit der Katze am Laptop. Oder die zwei Katzen hier, die Star Wars spielen. Mit Lichtschwertern. Hab ich hier drauf. Um 16 Uhr 40 oder so, oder 1 Uhr 40, beende ich den Stream. Nämlich, ähm... Zu mir kommt einer. Und dann sag ich jetzt nicht. Das ist Mischelbe, ne? Ja. Und... Die beiden, die mir grad zuschauen. Schreibt mal. Schreibt mal. Hallo. Hi. Heiko, hi. Oh, oh, oh. Oder schreit... Wie er heißt am besten. Was? Wie er heißt! Dich heiße so los. Wie die heißen. Du verrücktes Hut. das muss ich Grüß dich! Dann haben wir noch ein Muster. Guten Tag! Ergabung! Ja, da! Ich muss Videos... ...er Video-Session. Okay. Ich kriege gerade meine Noten. Ich bin da oben, aber ich bin da oben. Nein, das andere. Das andere. Ja, da ist das. Ja, da ist das. Ich lebe. Das hier. Oh, Schatz. Ja, da ist das. Da ist sie! Scheiße! Kürze weg vom Fahrrad! Er schlägt sie! Er schlägt sie! Ja, Schatz! Ja, Schatz! Ich merke nur ein Schaf. Ich... Ich werde... jetzt... Hast du Lalo gesehen? Vielleicht... ...jetzt gleich... ...den Stream beendet... ...beendet... ...und dann mache ich ganz normales Video. Dann muss ich keinen Stream starten. Und sonst schon lange! Ja, schon acht... ...schon neun Minuten. What the fuck? Erst wird die Muskeln ausgehen. Ja, wenn... ...wenn die Musik zu erzielen ist... ...dann... ...wenn ich den Stream... ...und dann mache ich den Video. Ich bin so ein Wacker-Wahn. Hm, was machen wir denn? Vielleicht... ...heute noch oder morgen? Ich hab keine Ahnung. Ja? Was denn? Ja, was machen wir denn da? Jetzt? In dein Video meinst du? Ja. Oh! Hast du das eigentlich mit dem GTA-Video gemacht? Nein. Ja, dann heißt das steht doch auch im Spiel. Hm. Und ich brauche auch noch ein Video für meinen Kanal. Ja. Siehst du? Es hat warm was vorgelegt. Wann kommst du denn? Fünfzig? Ja, fünfzig. Wenn dann... Ja. Ja. Ich will jetzt den Stream beenden und so. Ciao! Ciao, Leute! So sagt keine Ahnung. Jetzt mach raus! ...